Ich war schon mal hier, vor sehr langer Zeit. Laut der freimaurerischen Zinsen. Kennen wir ja auch. Ich werd nur die Datenbank hier mal... ...n bisschen erweitern. Es gibt eine Geschichte über einen Stein. So. Ne, halt. Hier. So. Ich glaube, hinter diesen Vorhängen ist etwas. So. Und so. Jo, und jetzt drehen wir mal dran, bitte. Und der nächste Schlüssel. Kennen wir ja alles schon. So. Und dann hat ja Firps so schön... ...ärker... ...gemacht. Jetzt will ich kurz gucken. Kunst. Okay. Geschichte. Also ich werde jetzt hier garantiert nicht alles durchschalten. Auf jeden Fall haben wir die Datenbank um... ...einiges erweitert. Wer selber... ...ähm... ...Orte. Okay. Wer selber mal sich das alles... ...durchlesen möchte... ...gibt zwei Sachen. Dann kauft euch selber das Spiel, wenn ihr Interesse daran habt. Ist ein toller Zeitvertreib. Um mal den Kopf ein bisschen anzustrengen. Und um mehr über Kunst... ...nachzudenken... ...äh... ...zulesen. Geheimnisse. Also ein Geheimnis fehlt uns noch. Das holen wir ja noch. Hoffe ich zumindest. So, jetzt... ...müsse ich hier nochmal gucken. Gibt es hier nicht. Irgendwie was. ...Hoffnung. Wahrheit. Wahrheit. Hm. Und hier war ja... ...Glaube... ...und Mut. Ja, das weiß ich. Und hier ist ja nix. Also noch eins... ...ein paar Schlüssel fehlen uns noch. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Nee. Wie gibt es hier? Schön durchgucken. Alles durchsuchen. Malki. Aus dem Banner des Engels... ...steht es vor Triffen. Nö. Hm. Boah, Disco. Yay. Nee, hier gibt es nichts. Gibt es hier was? Ah, ah, ah. Vielleicht muss ich doch das Decken-Jornal... ...und da ist ja... ...und da ist ja das Decken-Jornal. Das lese ich jetzt erstmal gelaufen. Okay, find ich... Okay, find ich... ...ja... 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 ...mhm. Im Westen nichts Neues. Dann zurück nach Osten. Hm. Gibt es hier ein Geheimnis oder irgendwas zu finden? Hm. Hm. Nö, hier ist nichts. Nö. Nö. ...nö, da liegt auch nichts. Hier ist ein Taufbecken. Aber hier gibt es nichts. Und ich kann nicht weiter runter als nur bis hierher. Hm. Hm. Ganz komisch. Das ist der Ausgang. Da kann ich aber nichts machen. Hier kann ich nur den Boden untersuchen. Mehr aber auch nicht. Oh, ich kann bis hierher, aber nicht weiter nach da. Und die Kiste. Mit der kann ich auch nichts mehr machen. Nö. Hm. Auf dem Banner des Engels steht das Wort Wahrheit. Die Steinskulptur hat ja auch nichts mehr zu bieten, oder doch? Hm. Vielleicht muss ich ja doch hier das lesen. Nochmal. Latein? Das heißt, Wein ist stark, der König ist stärker. Frauen sind noch... Wahrheit besiegt alles. Glaube und Mut. Hier, was? ...verstanden der Übersetzung über die Wahrheit. Das Wahrheit alles besiegt. Dann muss an diesem Engel etwas Besonderes sein. Heben Sie mich hoch. Mal sehen, was wir hier finden. Ich glaub's nicht. Jetzt hab ich die Hose. Bitte alles 50 Mal durchlesen, damit das klappt. Oh, ich glaub ich spinn. So. Dann wollen wir mal... Reinheit. Valilie. Keuschheit, Gänseblümchen. Und da unten natürlich Liebe. Also wird das weibliche Symbol der Kelch deutlich hervorgehoben, dass hier Frauen hier am Werk sind, als Männer. Besser kannst du nicht mehr hören. Nach ihnen, mein Herr. Nach ihnen, mein Herr. Find sie aus der Sacristai-Hey-Nose. Ja. Einfach hier entlang gehen. Checkpoint wurde erreicht. Und jetzt... will ich... Oh. King of Terror Relief? Lateinisch. Geist übersetzt, geht zum Zentrum der Erde und findet durch Ergänzung den versteckten Stein. Wann haben wir eine Erde gesehen? Keine Ahnung. Und ich dachte, dass dies gerade ein Easter Egg sei. Auf alle Fälle will ich gucken, dass ich hier... Ob nicht eventuell hier das letzte Geheimnis ist. Wenn nicht, dann hab ich ein dickes Problem. Ein Globus. Hier ist eine Erde. Wow. Oh. Ah, eine Weltkugel. Das ist seltsam. Dort, wo Schottland, England und Wales sein sollten, ist nichts weiter als eine Einkerbung in der Form dieser Länder. Warum sollten sie auf der Weltkugel fehlen? Eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil du da den Schlüssel dazu finden musst? Fragezeichen? Miss Nibble. So, gab es hier... Oh, Blutendeck. Ich hab vor kurzem gelesen, dass 1999 aus dieser Schnitzerei ein vermeintliches rostfarbenes Wasser ausgetreten sei. Es sah ganz so aus, als wäre auf der rechten Stirnseite des Engels eine blutende Wunde. Der Engel hat einen teiles Globus. So, nehm ich doch mal mit. Jetzt will ich mal den Gang weiter erforschen, wenn das geht. Wenn dies möglich ist. Oh, was? Hier war doch grad... Weitenkiste. Er scheint hier nicht hinzugehören. So. Schauen wir mal, gibt es hier irgendwie was? Ein Geheimnis soll das hier... Hm? Mhm. Das scheint mir ein Stern zu sein. Mhm. Die Tür geht nicht auf. Oh, ja. Wir müssen irgendetwas tun. Gibt es hier wirklich kein Geheimnis? Äh... Nicht, dass ich jetzt Bockmiss gebaut hab. Und hier wäre ein Geheimnis... Das Geheimnis gewesen. Weil es gibt hier nämlich nur ein einziges. Aber... Sieht nicht ganz so aus. Und hier? Nee. Dann sitzen wir ja schon längst untersuchend dran gekommen. Oh. Auf diesen Medaillen ist ein Stern. Kann ich hier nicht am Globus irgendwie nachschauen, ob es hier... Nö. Nix. Hm. Ich versteh's nicht. Scheint zu klappen. Na hoppla. Wieder so ein einfaches Rätsel. Und ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass... Es... Noch ein schwieriges Rätsel gab, aber... Ist wohl nicht so. Du kommst dahin. Nein, du kommst dahin. Du kommst hierhin. Du kommst... Dahin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Hä? Habe ich Bullshit gemacht? Nein, 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 nein. Mm-mm. Uh. Nee, und nimm mal. Irgendwas stimmt da nicht. Was? Die Sonne stimmt. Hä? Haben Sie das gehört? Klingt, als könnten wir die Falltür endlich anheben. FACE- Mann, 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 Mann. So, Falltür.